Ja, hallo Leute und willkommen zu einem kleinen Infovideo und ja, erstmal zum Gameplay. Das Gameplay ist Conquest auf dem gomahd.net-Server. Das Gameplay ist vom 28.10., aber ich glaube, es interessiert keinen von euch. Denn wir kommen einfach mal nur zu den Infos. Und ja, also ich wollte euch nur Bescheid sagen. Falls ihr euch fragt, Thorben, warum konnt ihr in letzter Zeit so wenig Videos? Ja, das liegt daran, dass Tobi, Flori und ich uns einen neuen PC bestellen, holen. Und ja, wir warten darauf, dass der bald da ist. Und wenn der dann da ist, dann geht es richtig los auf unserem Channel. Ähm, und, ähm, dann, dann kommt, äh, dann kommen richtige Let's Play Season 2 Minecraft, Ende des Jahres, äh, alles mögliche, Assassin's Creed und halt die ganzen Projekte, wunderschön. Und, ähm, ja, ähm, vor allem kommt dann auch Facecam, äh, wenn wir aufnehmen. Das werden wir dann auch wahrscheinlich machen. Aber vor allem wird es wesentlich besser für euch, da es endlich lagfrei wird. Also wirklich hundertprozentig lagfrei. Und, ähm, ja, so hatten wir das dann vor. Also, ich werde, also alle Videos, die ich jetzt noch auf dieser Festplatte habe, ich werde den PC hier natürlich auch noch behalten. Und, ähm, mit dem werde ich dann die Videos rendern. Über dem werden die Minecraft-Server und so laufen. Und, ähm, über den werde ich halt noch die anderen, ähm, Videos, die ich jetzt hier noch auf der Festplatte habe, die werde ich auch noch von dem PC hochladen. Ähm, das kann ich dann ja alles, äh, gut managen, wenn ich dann mit den zwei PCs mit einem... Der eine wird halt nur zum Aufnehmen, nur für YouTube. Und mit dem hier kann ich dann auch noch andere Sachen machen, zum Beispiel für Schule und so. Und, ähm, ja, bei Tobin und Flochi wird das anders sein. Die haben halt nur ihren einen PC dann, außer der Flori, der hat noch, ähm, seinen, äh, Laptop. Aber Tobi wird nur noch den einen PC haben. Und, ähm, ja, äh, der wird das dann halt so machen, wenn er Projekte auf dem Wii Assassin's Creed 4 Black Flag oder so, ähm, wird der die auch noch über den neuen PC dann rendern. Aber das macht hier nichts. Jetzt, wir nehmen alles im Voraus auf dann, dann haben wir nie wieder Probleme mit dem Upload. Das heißt, für euch, ähm, wird jeden, jeden Tag, an dem das auf dem Uploadplan steht, Link, ähm, steht in der Beschreibung, äh, kann ich auch jetzt einmal sagen, www.yemdo.de. Äh, da auf dem Uploadplan wird stehen, wann welches Projekt kommt. Und, äh, da wir das dann alles im Voraus aufnehmen, wird alles regelmäßig kommen. Ich werde nie wieder Probleme haben, so wie jetzt zum Beispiel gerade. Weil jetzt schaffe ich es einfach gerade auch zeitlich nicht, weil, ähm, wir arbeiten schreiben und dies, das halt. Und, ähm, ja, ich, äh, schaffe es gerade einfach zeitlich nicht. Und, äh, ja, ich werde versuchen, noch ein bisschen, ähm, abzuladen. Und, äh, ja, dann freue ich mich einfach bald auf unseren neuen PC und das wir dann endlich einwandfrei aufnehmen können. Und, ähm, ja, also, wenn ihr Vorschläge für Projekte habt, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben. Und vor allem, wie ihr das findet, äh, was wir jetzt hier, ähm, mit den neuen PCs und so machen. Ähm, einfach, wie ihr alles findet im Moment. Und, äh, sagt einfach mal, wie ihr im Moment unseren Kanal findet, ob ihr Verbesserungsvorschläge habt und so weiter. Ähm, das könnt ihr mir natürlich alles gerne in die Kommentare schreiben. Und, ja, ich hoffe, meine Infos haben es jetzt gebracht. Ihr wisst jetzt, warum in letzter Zeit nicht so viele Videos kommen. Halt, ich hab letzte Woche, war das letzte von Q-Ball, dann hab ich heute mal eins freigeschaltet. Äh, SimCity, das letzte Video von SimCity. Das ist jetzt auch vorbei. Aber das müsst ihr positiv sehen. Es schafft einfach, äh, Raum für neue Projekte. Und, ähm, ja, äh, von daher könnt ihr einfach mal schreiben, wie ihr im Moment alles findet. Ja, dann, äh, hoffe ich euch, äh, hat hier das alles gefallen. Ich höre jetzt auf zu reden, ihr könnt das Gameplay noch weiter gucken. Und, ähm, ja, dann sag ich, gebt dem Video nur positive Bewertung. Abonniert uns, äh, macht was auch immer. Das Gewinnspiel bei 200 Abonnenten haben wir immer noch nicht vergessen. Also, haut da schön weiter rein. Und dann sag ich, bis zum nächsten Mal. Und, ähm, genieß das Gameplay noch. Ciao. Und, ähm, genieß das Gameplay. 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 Und, ähm, genieß das Gameplay.